Oh mein Gott, oh mein Gott, Barry, bist du gerade vom Wickelstuhl aufgestanden oder was? Komm mal mit, wir regeln das jetzt hier. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren The Baby in Yellow. So, let's play. Und wie man sehen kann, die Entwickler, mashallah, haben extra eine Version für mich gemacht. Oh Mann, sind die süß. Also, heute passen wir anstatt Harry, Larry, passen wir auf Perry auf. Der Cousin von Harry und Larry, die ja Geschwister sind, die haben noch einen Cousin und der heißt Perry, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute geht's wieder los. Mieser Content auf den Homi. Kuss. Perry, mein Bester, na? Alles klar bei dir? Junge, warum machst du denn heute so ein Bienenkostüm an? Ui, 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 ui. Na, hier hat sich auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Perry, was ist mit der Spielzeugkiste? Will freie sechs Seelen. Was sind denn Seelen hier? Hier ist ein Basketballkorb, okay. Wie ist das hier mit dem Ofen? Der löppt. Alter, Perry, du hast ja richtig hier, äh, an den Kühlschrank gemalt. Mensch, das hast du aber gut gemacht. Wir gucken mal in den Kühlschrank rein. Ähm, oh, was ist das da oben? Was? Perry? Hast du den Demol auf den Kühlschrank gelegt? Sag mal, bist du bescheuert oder was? Ja, scheiße ist das. Ich find das auch nicht witzig. So, du bleibst mal auf... Ich hab gesagt, du bleibst auf dem Tisch liegen und weinst nicht. So, wir gucken mal weiter. Im Badezimmer sieht ja alles noch ganz nice aus. Mann. Wo ist der Kopfmodus? Freigeschaltet? Mensch, Perry, Alter, was ist denn mit dir passiert? Jo, okay. Also, ich glaub, dein Kopf ist ein bisschen groß geworden. Wir gucken uns mal, äh, den Rest des Hauses an, Leute. Was ist denn hier los? Sag mal, hä? Eine Zugstrecke? Oh, da ist noch so ein Ding. Nein. Versteck dich. Sag mal, jetzt macht mir mal keine Angst hier. Also, Perry, wie läuft's denn heute so? Dein Kopf ist ein bisschen groß geworden. Ich werd mal dafür sorgen, dass du vielleicht, äh, was zu trinken bekommst. Und, äh, ich geb dir das mal. Hier. Was guckst du jetzt so blöd? Perry, was guckst du so doof? Also, ich bring dich zum Winkeltisch und ich bin sehr gespannt, was hier heute noch mit dir passiert, ne? Können wir eigentlich... Können wir dich eigentlich noch so da reinschmeißen? Perry, rein da! Perry, rein! Perry! Perry, du sollst da jetzt rein! Ach, Perry, Mann. Na gut, Perry. Ich wechsel dir mal die Windel. Okay? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Perry! Bist du gerade vom Wickelstuhl aufgestanden, oder was? Komm mal mit! Wir regeln das jetzt hier. Ich sag dir eins. Du gehst da nicht mehr rauf. Kennst du das Klo schon? Ich werde dich in das Klo reinstopfen, Kollege. Reiner jetzt! So, Perry. Ich drück jetzt die Spülung, ne? Ich drück die Spülung. Willst du mir noch was sagen? Eine Entschuldigung oder so? Perry, das tut mir echt leid. Aber darauf noch mal. So, also, wir hätten dich da auf jeden Fall gewaschen. Und ich sag dir eins, ne? Wenn du noch mal so einen Scheiß machst, dann stecke ich dich als erstes mit dem Kopf ins Klo. Ist das klar? So, wir öffnen hier die Tür und ich schmeiß dich mal da rein. Sag mal, Perry, jetzt hör mal auf zu heulen. Du liegst da ein bisschen unbequem im Bett. Perry, du liegst da unbequem im Bett. Dann kann ich da auch nichts machen. Also, ganz ehrlich, dieses Balg immer, ne? Digga, was war das? Also, dann gucken wir mal, wo der gute alte Perry ist. Oh, Perry ist nicht in seinem Zimmer. Sag mal, Perry. Perry? Wo bist du? Perry? Sag mal, guckst du schon wieder Fernsehen oder was? Ich hab dein Korsenk schon gesagt. Ist nicht erlaubt. Rein in den Ofen mit dir. Und deinem Riesenschädel. Ich mach das Ding zu. Jetzt rein. Meine Güte noch mal. Ich hole dir die... Warum ist hier das Licht jetzt aus? Hallo? Hallo? Perry, was soll das? Da liegt ein Schlüssel, ne? Okay. Ich, ähm, geb dir die Flasche. Hast du dir wieder in die Windeln gemacht? Wo sind diese Statuen? Ich will unbedingt die Spielzeugkiste haben. Perry, du musst mir da jetzt mal helfen, ne? Ich sag dir, wie es ist. Ich nehme den Schlüssel jetzt erstmal, Perry, und ich gehe nach oben. Ich kann diese Tür hier aufschließen. Da ist schon mal so ein Ding. Run. Warum denn immer Run? Dann komm mal mit, mein Kleiner. Ja. Wir wickeln dich jetzt erstmal eine Runde, ne? Perry, die Windel fliegt. Perry, die Windel fliegt! Ist ja gut. Ich hole sie ja schon. Oh Gott. Aha. Nein. Die Spielzeugkiste ist freigeschaltet. Perry, ich bin da. Aha. Hallöchen. Na du? Willst du morgen mit der Spielzeugkiste spiel... Also, das erzähl ich deiner Mama nicht, ne? Ich sag's dir ehrlich. Zum Glück bin ich hier nur Onkel. Also, die Zeichnungen hier... Ja... Was ist das denn? Also, Leute. Falls ihr sowas seht. Bei einem Baby. Ruft mich an. Ich war ins Ernst. Ruft mich an. Nochmal ist mein Instagram. Perry, ich dachte, wir spielen jetzt mit Spielzeugen hier. Hey, ist doch gut. Ist doch alles gut. Ja. Ich geh kurz in die Küche. Und dann machen wir Spielzeugkiste auf. Zwölf Sekunden später. Was ist denn das da eigentlich für ein Leuchtdings hier in der Schrift? Na ja. Perry, wir spielen jetzt mit Spielzeug. Perry! Sag mal, wo kommt das ganze Spielzeug her? Willst du mich verarschen oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du willst hier die ganzen Basketbälle auspacken? Sag mal, wie viel hast du da aus? Das Spielzeugkiste rauskommt. Das passt doch da alles gar nicht rein. Du willst Basketball spielen, ne? Guck mal hier. Der Basketballkopf. Da passt du doch bestimmt durch. Boah, ey. Ja. Und weißt du was? Wenn die ganzen Basketbälle da sind, schmeiß ich sie dir ins Gesicht. Sag mal, was ist denn da eigentlich? Aha. Was ist das? Junge, was ist er denn? Was ist das denn? Was ist das für ein Auge da drüben? Och, nö. Ich hole das jetzt zu dir. Ist das klar? Boah. So, Perry. Ich weiß nicht, was du da eben gerade veranstaltet hast, okay? Aber hier. Nimm deine scheiß Flasche und halt's Maul jetzt. Du fängst ja schon so an wie deine Cousins. Ja. Du fängst definitiv so an wie deine Cousins. Also. Ich kann das Baby nicht ernst nehmen. Mann, du hast den Überriesenschädel. Und ich sag dir ganz ehrlich, das sieht so scheiße aus, Mann. Leute, was ist das denn hier? Das Baby ist in einem Bienenkostüm und dreht seinen Kopf. Du bist keine Biene, Kollege. Du bist hässlich. Vater unser, gehe heiligt werde deine Biene. Dein Kordreger kommt und so. Und er kommt jetzt und, ähm, Anubis ist auch dabei. Und Feust und so aus Griechenland und lass das! Du hängst da in der Ecke, ja? Pass mal auf. Stopf dich rein da ins Klo. So eine Scheiße machst du nicht nochmal. Passt nicht durch, ne? Kacke ist das. Nochmal! Oh, nee, nicht... Oh, Mann, ey! Ja. Harry! Harry, lass das Licht an! Harry! Harry! Sag mal! So, jetzt gibt's Ärger, ne? Jetzt gibt's Ärger! Gar. Also, davon hat mir die Mutti aber nichts erzählt. Ui! Danke fürs Spielen. Es kommt bald noch mehr. Neue Orte, Monster und, äh, ja, Jumpscares, Outfits und, äh, was? Alter, Leck, guckt euch mal das hier an. Was ist das denn da hinten? Das war's mit einer Folge. The Baby in Yellow. Leute, falls ihr die gefeiert habt, lasst ihr ein Like da, ne? Schallert ein Abo auf dem Kanal raus. Ich hoffe, das Video war geil. Fetter Kuss. Den-o-meh. Out!